Naja, kann ich nur sagen, ich habe den Jahresbeginn 2015 im Spital erlebt, weil ich ja beschlossen habe, Ski zu fahren und zu stürzen. Das war ein sehr persönlich einschneidendes Erlebnis, aber das war alles soweit gut. Ein Vierteljahrhundert wird hier oben schon Silvester gefeiert. Das Motto heuer? Motto ist United Taste of Do & Co. Wir versuchen hier in erster Reich, glaube ich, in Zeiten mit diesen etwas zu tun, wo alle wieder gemeinsam etwas tun sollten. Wie wird denn bei Ihnen in der Türkei Silvester gefeiert? Ich dürfte genauso wie hier, dass alle essen gehen und dann warten, bis Mitternacht ist. Aber ich glaube, nach Mitternacht und mit Pummerin und mit Stephansplatz kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und es ist auch schön, Wien zu spüren. Es ist nicht in jeder Stadt so, dass zu Silvester Walzer getanzt wird. Das hat eine ganz bestimmte mitteleuropäische Dimension. Wien, das ich nicht vermissen möchte. Wien, das ist nicht wahr.